Standardgefecht Move out! Vorsicht Willst du erstmal durchfahren? Komm, fahr durch Danke, das war wohl lieb von dir Er ist halt sehr rücksichts Wenn dir nicht jemand zum Verhängnis werden tut Ich kann selten heute Schicken hier, ein Kromwell Der guckt nach hinten Da kommt noch mehr Oh, die schießt auf mich Was ist denn niedrig? Seid ihr besoffen? Bist du voll schussi-daunert Hast du das eigentlich? Voll, entschussi-daunert Jungs, Alter Ohne Scheiß Ey, ist die Krüger 2 Hits vom eigenen Team Geil Ich wieder sehe, ich wieder gar keine Das wird durchzuspielen Nicht Was? Was? Du helf mal unserem Kromwell da unten Helft mal dem KV, Alter Was? Achso, ich hab gebammt Ich bin Achso, ich hab gebammt Ich bin jetzt erst ein bisschen aufteilt hinter mir KV 2 mal helfen fahren Was ist mit der F-Linie, wenn wir uns hier freischießen können? Was war denn das grad für ne Aussage? Der ist gleich dauernd, den brauchen wir nicht helfen gehen Achso, der eine 1-S ist noch stock Er schießt mir jetzt auch noch vom Achtzauern Du lacker Hälsing, ey, das gibt's gar nicht Häh Oh mein Von hinten um Schrank, sauber No Ja da 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 Die Hellcat braucht ne Köln, das sieht doch scheiße aus mit dem Minus Ach, ne Geil Bleib mal hier oben, 1-1-S ist durchge... Einer ist noch hier, in dem Bereich Positiv Der eine hat noch 300 und der andere hat 500 irgendwas Ah, ist halt offen Der ist offen gewesen, ne? Der hat nicht mal die Böse Da ist er ja Da ist ein Tankhüll, ne? Warte, ich komm rum Sorry Max, du warst auf einmal in meinem Schuss Du warst nicht der Einzelne, der mich hier drauf war, also pfff Ach Max, nimm dich hin Ja, trotzdem Ja, passiert Ich hab noch so gesagt, oh, das wird knapp, aber da war doch Ja, läuft, was soll's, wir wollen fertig Da war das Verhängnis leider schon unterwegs Und dann hab ich dich nur noch platzen sehen